Willst du 1.000 Euro verdienen? Wie? 1.000 Euro, wenn du den Grasblock dahinten abfallst. Was? 1.000 Euro? Ja, einfach nur den Grasblock abbauen. Nein. Nein. Warum falle ich immer auf dich heran? Ah, ah, ah. Jetzt testen wir mal, wie schlau du bist. Wir testen mal, wie schlau du bist. Ich hab dir die Regel gesagt, du darfst nicht den Boden abbauen. Wie? Das hast du nicht gesagt. Das hast du nicht gesagt. Ja, ja, warte, warte, warte. Oh, oh, ich hab ihn. Ich hab ihn. 1.000 Euro. Wie kann man so blöd sein?